Ja und hiermit herzlich willkommen zum ersten Vortrag alle Zuschauer online und auch alle hier im Raum. Freut mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher, ich habe den YouTube-Kanal Linux Guide schon seit einigen Jahren, lade da so meistens jede Woche Tutorials hoch rund um Linux und Videos und heute werde ich euch Linux im Jahr 2022 vorstellen. Was hat sich bis jetzt getan? Ist das vielleicht das richtige System für mich? Was kann ich damit alles erledigen? Und das werden wir heute machen. Ich werde euch heute einmal Ubuntu zeigen, das haben wir hier. Ich bin ja auch sogar schon in meinem Ubuntu drin und dann werde ich euch noch einmal Linux Mint zeigen. Falls ihr jetzt Linux Mint und Ubuntu noch gar nicht kennt, vielleicht noch mal eine ganz ganz kleine Einführung. Also Ubuntu ist eigentlich eines der bekanntesten Linux-Systeme, das kennen ja vielleicht auch alle von euch und wurde im Jahr 2004 gegründet und kam die erste Version raus und ich würde mal sagen, wenn wir Linux Mint und Ubuntu so ein bisschen separieren wollen, ist Ubuntu so das sehr moderne Betriebssystem. Wir sehen das hier, die sehr, sehr coole Leiste hier links. Wir haben dort ein richtig, richtig cooles Menü, wie ich finde und das sieht schon alles sehr, sehr modern aus. Und ich muss sagen, da sind auch viele neidisch natürlich, die dann vielleicht auf Windows oder macOS sind. Ich glaube, die haben nicht ganz so schöne Desktops. Ein anderer Desktop, wem das alles viel zu schick ist und eigentlich braucht er nur einen ganz normalen Rechner, der einfach nur das tut, was er soll. Und wo man sich vielleicht auch direkt ein bisschen heimischer fühlt, ist hier Linux Mint. Das habe ich jetzt hier auch schon offen. Linux Mint ist ja sehr, sehr klassisch aufgebaut. Wir haben hier eine Startleiste mit einem ganz einfachen Menü mit Kategorien. Das sehen wir auch noch mal gleich alles später. Der große Unterschied ist zwischen Linux und Ubuntu, dass Ubuntu von einer Firma, Canonical, die kommen aus London ursprünglich, insgesamt produziert wird, entwickelt wird, herausgegeben wird. Und Linux Mint ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Team. Der Chef von Linux Mint, wenn man so möchte, ist Franzose. Und wir haben ein Team von vielleicht einer Handvoll von Leuten, die da wirklich, ich sag mal, das ganze System dann eigentlich programmieren. Natürlich, wie bei Linux üblich, kommen dann auch verschiedene Beiträge von anderen Nutzern. Das Schöne ist ja bei Linux, man kann sich ja den Code anschauen. Und dann können auch andere Leute, wenn sie jetzt sehen, okay, da ist jetzt ein kleiner Fehler oder ich möchte jetzt hier in dieser Anwendung bei Linux Mint oder bei Ubuntu noch mal irgendwann ein zusätzliches Feature reinbringen, dann kann man das dann auch tatsächlich selber als einzige Person dann, ich sag mal, vorschlagen. Und in der Regel, wenn der Vorschlag gut ist, wird das dann auch reingenommen. Also das ist, ich würde sagen, Linux Mint mehr Gemeinschaft basiert und Ubuntu ist so ein bisschen mehr auf Firmen ausgerichtet. Ja, ich würde sagen, das wäre es ganz, ganz grob zu dem Ganzen. Die aktuelle Version in Linux Mint ist die Version 21 und die aktuelle Version hier zurzeit ist die 2204. Das ist eine sogenannte LTS-Version Ubuntu. Man kann auch andere Ubuntu-Versionen herunterladen. Die sind dann nicht ganz so stabil. LTS-Versionen kriegen mindestens fünf Jahre Updates. Wenn er bezahlt, sogar zehn Jahre. Und das ist eigentlich auch immer das System, was ich empfehlen würde, wenn ihr Ubuntu nutzen wollt. Immer eine LTS-Version. Ja, herunterladen können wir das hier ganz einfach. Die Installation und wie man das einrichtet, werde ich euch jetzt heute hier nicht zeigen. Das habe ich am letzten Jahr auch schon gemacht hier an den Keylogs. Da gibt es auch eine Aufzeichnung, könnt ihr euch anschauen. Ich werde mal schauen, dass ich das in den Programmpunkt verlinke. Oder wenn ihr mal auf draußen schaut, wenn jetzt hier an die Leute, die hier drin sind, da ist auch ein QR-Code, den ihr abscannen könnt bei dem einen Banner. Dort ist auch eine ganz schöne Anleitung, wie ihr das dann Schritt für Schritt machen könnt für Ubuntu und auch für Linux Mint. An die Leute, die online da sind, da wird ein Link dann noch reingepostet. Beziehungsweise es müsste sein keylogs.de slash Installation. Aber das, genau, werdet ihr dann sehen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal, was denn jetzt so Linux eigentlich so richtig ausmacht, was die Besonderheiten von den Systemen sind und was ich so machen kann. Ich würde sagen, starten wir mit Ubuntu. Und Ubuntu, ich habe hier gerade den Firefox offen, den kann ich hier auch einfach mal schließen. Und wir haben hier eine sehr, sehr moderne Oberfläche, wie schon vorhin gezeigt. Wir haben hier links einmal unsere Favoriten- und Anwendungsleiste. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Anwendung öffne, ich kann hier beispielsweise direkt auf Dateien draufgehen, dann haben wir hier so auch einen kleinen Punkt, der das markiert. Und wenn ich jetzt eine andere Anwendung öffnen möchte, die jetzt hier nicht drin ist, gehe ich hier einmal runter und kann hier beispielsweise, äh, was öffnen wir denn? Nehmen wir doch einfach mal den Kalender, ja. Und dann erscheint da ein neues Icon und, genau, da haben wir den Kalender quasi geöffnet. Ja, das wäre es so ganz, ganz grob. Die Buttons hier sind auch gleich. Also, ich denke, wenn man so mal einen Computer gesehen hat, dann sollte das schon alles klappen. Eine Besonderheit gibt es auch noch mal. Da können wir auch noch mal zwei Fenster für aufmachen. Wenn wir auf Aktivitäten gehen, dann können wir hier alle offenen Fenster sehen und dann auf das ein oder andere Fenster klicken. Wir können auch das ein oder andere Fenster direkt in diese Oberfläche schließen oder wir können es auch auf eine neue Arbeitsfläche packen. Das ist dann einmal hier drüben und mit dem Mausrad, wenn ich das jetzt bewege, kann ich hier zwischen den Arbeitsflächen hin und her wechseln. Man kann eigentlich beliebig viele erstellen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Workflow-Management. Ich muss gestehen, ich selber nutze das nicht so. Wenn man mehrere Bildschirme hat, dann sind diese Oberflächen eigentlich eher so unnütz. Aber wenn man nur ein Bildschirm hat, ist das wirklich mega. Also, das nutze ich dann doch häufiger auch wieder am Laptop. Ja, genau. Das wäre so ganz, ganz, ganz grob die Oberfläche. Hier oben haben wir unsere Benachrichtigungen. Wir können ja auch den Nichtstören-Modus natürlich aktivieren. Eine kleine Kalenderübersicht, auch die Termine, die heute anstehen. Und dann rechts haben wir hier auch noch mal eine kleine Schaltzentrale, wo wir den Sound regeln können und auch den Rechner am Ende herunterfahren können. Genau, das wäre es soweit zu Ubuntu. Gibt es denn soweit Fragen? Hier so zur Oberfläche allgemein aus dem Plenum. Nicht der Fall. Gibt es hier Fragen? Hm, Chat auch nicht. Danke dir. Super. Dann würde ich sagen, springen wir um auf Linux Mint. Linux Mint ist ein bisschen altbackener, muss ich ehrlich bestehen. Also, ich kann hier auch mal den Firefox erstmal schließen. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier auch ganz normal unsere Schließen-Buttons und eben eine ganz normale Leiste. Und das erinnert sehr an Windows 7 oder Windows 10 beispielsweise so vom Management her von den Dingern hier. Ähm, sieht dem schon relativ ähnlich aus. Also, wenn ich jetzt hier die Dateien öffnen beispielsweise, dann haben wir hier auch das markiert oder eine andere Anwendung. Dann sieht man das halt eben auch als Icon. Und wir haben hier ein sehr, sehr tolles, kleines, aber feines Menü. Ähm, hier haben wir nochmal so ganz eine coole Schnellstartleiste, wo wir die Anwendungsverwaltung beispielsweise auch öffnen können und so ein ganz komisches Programm mit so weißer Schrift auf schwarzem Grund, was man aber eigentlich auf Linux gar nicht mehr so braucht. Ähm, und dann hier einmal verschiedene Kategorien Büro, Grafik, Internet und so weiter. Und dann kann man sich ja auch durchklicken. Ja. Das wär's dazu. Ähm, genau. Da unten haben wir nochmal ein paar System-Icons, beispielsweise dann unsere Aktualisierungsverwaltung, die uns jetzt hier sagt. Ich glaube, da ist jetzt gerade meine Webcam davor. Ähm, ihr System ist auf dem neuesten Stand. Ich kann das mal ganz schnell hochziehen. Oder kannst du mal schnell auf ohne Webcam schalten? Das wär mega. Schauen wir mal. Warten wir mal, ob das klappt. Ohne Webcam. Das ist der dritte. Der dritte Eintrag müsste das sein. Der dritte Eintrag? Ja, schau mal. Perfekt. Jetzt sehen wir das. Und, äh, da unten sind dann hier die, ähm, genau, verschiedene Icons. Systemberichte können wir hier anzeigen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, also Linux Mint ist eigentlich immer sehr stets besorgt um den eigenen Nutzer und zeigt dir an, wenn du Aktualisierungen machen möchtest oder wenn auch verschiedene andere, ähm, Sachen anstehen, wie beispielsweise, hey, ich kann doch Sprachpakete installieren und ich soll doch mein System wiederherstellungsprogramm einrichten, ne? Klar, das System habe ich jetzt hier vor kurzem neu installiert, ähm, und, äh, genau, von hier aus starten wir, ähm, Kalender auch nochmal ganz schön und Akkuverbindung und so weiter. Das ist aber auch alles gar nicht so unbedingt, ähm, ja, weltbewegend. Hauptsache es funktioniert. Aber sagen wir mal so, wir sehen schon, das System ist gefühlt ein bisschen altbackener als Ubuntu, ne? Bin ich wieder drauf mit Webcam? Dankeschön, Alex. Super, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt mit dem ersten Thema Programme auf Linux, ja? Was gibt es da mittlerweile? Wie installiere ich Programme auf Linux? Ähm, wir bleiben einfach mal kurz direkt auf Linux Mint. Ähm, ich kann hier die Anwendungsverwaltung öffnen und das ist quasi der App Store, wie wir ihn auf dem Handy kennen oder Microsoft Store. Das ist eigentlich sehr ähnlich. Ubuntu hat auch so ein Ding. Ich schalte es mal ganz schnell zu Ubuntu. Bei Ubuntu ist das einmal hier unter Anwendungen anzeigen, wobei wir sehen es hier auch schon direkt in der, in der Favoritenleiste Ubuntu Software. Und dann können wir das hier auch schon starten. Das dauert einen Momentchen, ne? Da ist Ubuntu immer ein bisschen langsamer. Erstmal direkt am Start. Aber das wird schon. Genau, da ist es jetzt. Ähm, generell, wenn wir beispielsweise eine Anwendung installieren wollen, auf Ubuntu können wir einfach mal, ich habe mir da so ein bisschen was vorbereitet, können wir einfach mal eine ganz coole Anwendung installieren, die heißt Xonel Plus Plus. Das werden wir uns gleich später genauer anschauen. Suchen wir sie mal. Da ist sie. Und dann wähle ich jetzt einfach mal die Version hier. Genau. Und ich wähle Installieren aus. Ne? So einfach ist das. Ich gebe mein Passwort ein. Linux hat auch ein erweitertes Sicherheitssystem, wodurch wenn man eine Anwendung installieren möchte, die in das System eingreifen kann, dann muss man immer sein Administrator Passwort eingeben. Was eigentlich in der Regel ist bei Ubuntu Linux das ganz normale Passwort ist. Ne? Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und so einfach kann man Anwendungen installieren. Wir sehen hier auch nochmal verschiedene Informationen, wenn man möchte. Rezensionen und so weiter. Da ist eigentlich alles dabei. Ähm, ja, viel mehr braucht man da eigentlich auch gar nicht erwarten. Ähm, oder ja, man kann eigentlich alles sehen, was man braucht. Ähm, auf Linux Mint installieren wir einfach mal Warpinator. Wobei Warpinator ist schon installiert. Dann installieren wir einfach mal ähm, beispielsweise Steam. Steam ist, äh, wir sind ja direkt bei einem Programm. Ähm, wenn Leute Gamer sind oder spielen, dann wird in Steam sicher ein Begriff sein. Steam ist am Ende, ja, so eine Bibliothek, wo ganz viele Spiele sind. Und das gibt's natürlich auch für Linux. Allerdings funktionieren nicht alle Steam-Spiele dazu. Wie, warum? Da kommen wir nochmal gleich dazu, zum Punkt ein bisschen spielen. Ähm, und ich muss hier auch einmal mein Passwort eingeben. Und dann installiert sich das hier auch. Genau. Ja. Generell ähm, stellt sich die Frage, okay, gut, ich bin jetzt auf Windows, hab jetzt aber beispielsweise ganz, ganz viele Microsoft Word Dokumente, Tabellen und so weiter. Und wie mache ich denn das Ganze auf Linux? Erstmal von weg, Microsoft Word gibt es so erstmal nicht für Linux. Also diese Desktop-Version, wie ihr sie vielleicht auf Windows kennt oder auch auf macOS, gibt es so nicht. Aber, ähm, in den letzten Jahren haben sich da wirklich ganz brauchbare Alternativen auch etabliert, die diese Lücke auch schließen. Und meiner Ansicht nach auch Microsoft Word so vielleicht irgendwie mal nach und nach so ein bisschen wenigstens das Wasser weggraben. Das ist ja wirklich ein großer Platzhirsch. Und da gibt's verschiedene Anwendungen. Ähm, einmal gibt's da immer OnlyOffice. Das kann ich mal kurz zeigen. OnlyOffice. Können wir auch hier einfach mal in die Installation mit reinpacken. Paketquellen werden gesucht. Zack, 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 zack. Na, alles live natürlich. Von daher brauchen wir auch immer mal wieder eins, zwei Gedenksekunden. Super. Und wir werden fortfahren aus. Genau. So. Genau. Ähm, das wird auch soweit erstmal installiert. Und äh, ansonsten andere Alternativen gibt's natürlich auch erstmal einmal Microsoft Office Online. Das kann man dann direkt im Webbrowser bedienen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ich hab damit auch schon die ein oder andere Präsentation dann erstellt, wenn ich dann tatsächlich leider auf das Format, ähm, angewiesen war. Ähm, das lief eigentlich ganz gut. Kann man einfach im Browser starten mit, äh, Office Online. Einfach mal danach suchen. Ähm, ähm, Online Microsoft. Und dann findet ihr das dann schon, ne? Das, äh, darauf möchte ich aber nicht hinaus. Es gibt auch noch Google Docs beispielsweise. Die würde ich aber alle auch erstmal so als zweite Alternative sehen, als eigentlich die richtige, wo ich auch von vielen Umsteigern schon gehört habe. Damit sind sie richtig zufrieden. Haben eigentlich wenig Unterschiede so im Arbeiten. Das ist dann tatsächlich Softmaker Office. Allerdings ist Softmaker Office nicht Open Source. Ähm, und, äh, genau. Ist von daher so ein bisschen leider, ja, nicht so, wie wir es uns vielleicht alle wünschen würden. Aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Programm, was ich von vielen Leuten höre. Ich selber nutze es nicht. Ähm, aber tatsächlich kommen die Entwickler aus Nürnberg, so meiner, meiner, meiner Heimat tatsächlich. Ich bin ja hier von etwas weiter angereist. Ähm, und, äh, genau. Ist, glaube ich, sogar ein, schlag mich nicht, wenn ich falsch bin. Ich glaube ein Ein-Mann-Unternehmen oder sowas. Also der macht das seit Jahren und das macht eigentlich sehr, sehr gut. Gibt es auch auf, ähm, Windows, Mac, Linux und so weiter. Und die Preise sind auch vollkommen im Rahmen. Also das ist schon okay. Man kann auch eine kostenlose Testversion herunterladen. Das funktioniert richtig gut. Können wir es ja auch einfach mal machen. Ähm, das ist tatsächlich so erstmal meine Empfehlung, wenn man, ne? Also mit Docx-Dateien arbeiten möchte. Wenn man nicht, ähm, Softmaker Office verwenden möchte, aber trotzdem noch, ähm, Docx-Dateien bearbeiten muss, ist Own Your Office der, äh, die Sache, wo man, womit man eigentlich ganz gut, ähm, dann klarkommt. Also wir sehen das hier auch schon so ein bisschen. Ich kann es leider gerade nicht größer machen. Ähm, das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus und bietet schon eigentlich sehr, sehr, sehr viel Funktion. Na, aber die Kompatibilität ist bei Softmaker noch ein bisschen größer. Ansonsten, wer nicht auf Microsoft Office Formate angewiesen ist, für den habe ich eine andere Empfehlung. Die ist auch schon vorinstalliert und das ist das vielleicht, manche kennen es auch schon, altbekannte LibreOffice, war früher verfügbar unter OpenOffice. Ähm, OpenOffice gibt es zwar auch nur so, wird aber schon seit Jahrzehnten, eigentlich nicht Jahrzehnten, aber seit guten zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Von daher, ähm, wenn ihr OpenOffice nutzen möchtet, nehmt LibreOffice. Ähm, LibreOffice, äh, kann man auch für Windows, Linux, Mac und so weiter installieren. Ist auf Linux meistens schon vorinstalliert und dann können wir uns hier, ähm, genau, beispielsweise den Writer mal anschauen und wer die Oberfläche schrecklich findet am Anfang. Ich kann es nachvollziehen. Ich selber bin auch kein Freund dieser Standard Oberfläche. Ich habe die Register Oberfläche, äh, aktiviert. Die gibt es schon seit, ähm, relativ geraumer Zeit auf, äh, LibreOffice drauf. Die kann ich mal ganz kurz zeigen. Schauen wir mal. Hier sind wir einmal. Und ich nehme hier den Tipp des Tages raus. Und dann können wir hier einmal auf Ansicht Benutzeroberfläche gehen und können das Ganze in Registern anzeigen lassen. Und ich sage, ich möchte es auf alle anwenden. Und das dauert einen Momentchen. Und immer noch ein Momentchen. Da ist es. Ja, schließen kann ich es jetzt. Und jetzt hat man hier eine sehr, sehr ähnliche Oberfläche zu dem Microsoft Office. Manche finden es unübersichtlicher, manche finden es übersichtlicher. Könnt ihr euch raussuchen, was ihr, was da für euch am besten passt. Könnt ihr dann hier oben wieder wechseln, ne? Ähm, genau. Start, Einfügen, Layout, das kennt ihr dann eigentlich alles ziemlich gut. Also das ist auch so ziemlich genau kopiert wie eben beim großen Platz hier schon. Genau. Das wär's so zu Microsoft Office Alternativen. Ansonsten nutzen noch manche Leute, wenn sie es nutzen, müssen. Photoshop, da habe ich leider keine richtig zufriedenstellenden Alternativen für jemanden, der wirklich beruflich davon abhängt. Also wenn ihr Photoshop nutzt oder darauf angewiesen seid oder auf irgendeine Adobe, ähm, da gibt's ja ganz, ganz viele, ähm, von den Programmen. Was gibt's da sonst noch? Ähm, Premiere und alles Mögliche. Das ist, äh, ja, werdet ihr auf Linux nicht glücklich. Da würde ich euch tatsächlich, kann ich euch so heutzutage noch nicht Linux empfehlen. Ansonsten, wenn es in Richtung Gaming geht, funktioniert da schon relativ viel. Ihr bekommt nicht jeden AAA-Titel auf Linux zu laufen, aber es gibt eigentlich schon ziemlich viele Möglichkeiten, ähm, da das so weit wie möglich auszubauen. Und ich muss sagen, also ich selber bin mit Linux groß geworden und mir war eigentlich auch nie langweilig. Also das kriegt man gut hin. Ähm, eine Seite, die helfen kann, ist ProtonDB.com. Das ist eine, äh, Seite, wo gelistet wird, welche Spiele auf Linux funktionieren. Das ist quasi die ganze Steam-Bibliothek, die ist ja schon erstmal ganz groß. Ähm, dort können wir dann einmal schauen, da haben wir jetzt hier die Seite geändert, Explore, Dashboard, hier, glaube ich, das war's. Genau. Ähm, dort sieht man, ähm, welche Spiele mit, ähm, Linux ganz gut laufen. Das ist jetzt auch für das Steam-Deck, was ja am Ende auch Linux ist, auch mit ausgebaut worden. Aber dort sehen wir dann, ähm, welche Titeln halt eben am besten laufen. Das sind die Top 10 einmal und da sehen wir, okay, gut, in der Hinsicht sind 40% nicht supported für Linux und 50% sind spielbar und 10% sind verifiziert spielbar, ne. Warte mal, ich glaube, ich gehe mal hier auf, äh, hier kann man das Rating-System einstellen. Steam-Deck-Verified wahrscheinlich, ne. Ähm, aber generell, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Spiel habt, beispielsweise nämlich, äh, mir fällt grad nichts anderes ein, obwohl ich's auch nie gespielt hab, aber, äh, Landwirtschafts- oder, warte mal, wie heißt das? Farming Simulator oder sowas. Gehen wir einfach mal Farming ein, hier sehen wir die, und dort sehen wir ja auch die Batches, wie die funktionieren, ne. Gold, Platinen und so weiter funktioniert, ähm, Sachen, die jetzt hier wenig bewertet sind, haben einfach noch keine Reports, ähm, Gold, Bronze funktioniert auch, was nicht funktioniert, sind die roten Sachen. Und da gibt's tatsächlich irgendwo, ich find die Statistik hier live grad nicht, äh, ich glaub, um die 90% aus der Steam-Dibliothek sind für Linux komplett nutzbar, äh, wobei man muss sagen, die obersten 10% sind dann meist die bekannteren Spiele. Ja, also wenn wir da beispielsweise jetzt, ähm, ich hab auch letztens mal ne Grafik zusammengestellt, können wir mal ganz kurz schauen, mastodon.online, ne.social, glaub ich, ist das so hier? Egal, da hab ich mal ne, ne Grafik zusammengestellt, ähm, können wir mal suchen, wo man sieht, welche Spiele jetzt eigentlich gut laufen oder nicht? Okay, ich glaub, add Linux-Kids muss ich eingeben und dann funktioniert's auch. Ha, schau mal, sag bloß, Medien, schau mal rein. So, da hab ich hier ganz viel gepostet, da haben wir's doch gleich. Da sind gleich die Spiele, da sind gleich die Spiele, da haben wir sie gleich. Genau, 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 Spiele, 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 da sind die Spiele. Da sieht man, was läuft, was nicht von den großen Spielen, ne. Ich kann das mal im neuen Tab öffnen, sieht man das ein bisschen größer und mal im Vollbild. Also funktionieren tun beispielsweise Counter-Strike, Brutal 2, Apex Legends, Team Fortress, GTA, Elden Ring, FIFA 22, Minecraft, League of Legends, Rocket League und so weiter. Die funktionieren eigentlich ganz gut. Ansonsten gibt's Spiele, die manchmal nicht so gut funktionieren. Das ist Lost Ark, Rust, Destiny 2, PUBG, Fortnite, Valorant oder Call of Duty beispielsweise. Jetzt einfach mal so ein paar Spiele genannt. Generell kann man aber alle die Spiele, die hier nicht funktionieren, immer noch über Cloud-Gaming erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr Google Stadia oder andere, ich glaub GeForce Now gibt's auch noch, ähm, Services kennt. Dort kann man dann im Webbrowser dann einmal auch tatsächlich die Spiele dann spielen. Und das funktioniert großartig. Das hab ich vor einst, zwei Jahren mal selber ausprobiert, mal für eine Zeit lang. Ich hab leider dann zu wenig gespielt, dann hab ich das Abo beendet. Ähm, aber dann hab ich tatsächlich auch hier die ganzen bekannten Spiele, ich glaub Destiny 2 auch relativ viel, dann über den Browser auf Linux gespielt. Das funktioniert großartig. Also von daher, da gibt's schon große Möglichkeiten, ähm, aber, ja, so die hundertprozentige, ähm, Kompatibilität bekommt man dann leider nicht hin. Ja, das wär's soweit dazu. Gibt es noch Fragen soweit zu Programme installieren auf Linux oder welche Programme auf Linux laufen? Äh, sind Fragen im Chat aufgekommen? Frage ich mal ganz kurz. Sind keine Fragen aufgekommen? Hier auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter und wir sind hier mal auf Ubuntu angelangt. Ähm, kommen wir mal zum Thema Dokumente erstellen, bearbeiten, drucken, scannen. Ich denke, Dokumente erstellen würde ich gar nicht mehr so viel behandeln. Wir haben ja die Office-Thematik schon ganz gut behandelt. LibroOffice gibt's genauso auch für Ubuntu. Nebenbei auch tatsächlich, ob ihr euch fragt, hey, wenn das Programm auf Ubuntu läuft, läuft es auch Linux mit. Ich kann nicht beruhigen, wenn Programm auf einer der beiden Distributionen läuft, dann läuft's eigentlich auf der anderen auch. Also da gibt's programmtechnisch eigentlich wenig Unterschiede, bis zu gar keine. Eins, zwei kleine, aber das kriegt man auch noch hin, wenn man das möchte. Genau, ähm, ja. Ansonsten, drucken und scannen ist eigentlich auch schon unter Linux relativ einfach. Ähm, wenn wir scannen wollen, gibt's hier eine Anwendung, Scan, Dokumenten scannen, gibt's auf Linux mit ähnlich. Und ich hab jetzt leider keinen Scanner neben mir stehen, ähm, aber die meisten Scanner werden tatsächlich auch schon hier direkt drüber gefunden. Könnt ihr einmal auf Scannen klicken und dann habt ihr die Seite schon raus. Könnt ihr auch manchmal dann den, ähm, was wollte ich sagen? den Tray quasi nehmen, also ob er beispielsweise beim Scanner das innen reinlegt oder in diesen Einzug legt, das kann man hier dann auch noch einstellen und dann kann man das direkt scannen. Haut er einem eine PDF raus, super. Genau, das Drucken ist sogar eigentlich noch einfacher. Die Drucker werden in der Regel auch schon automatisch erkannt, sofern euer Modell unter Linux unterstützt wird. Was eigentlich ganz gut funktioniert, sind die Brother Drucker oder HP Drucker. Also wenn ich mir einen neuen Drucker kaufen würde, nicht wegen den Tintenpatronen, weil die so super günstig sind bei HP, würde ich tatsächlich aber einen HP Druck kaufen für Linux, weil die sind super, also funktionieren problemlos mit Linux, sind auch schon in der Regel auch die Treiber schon direkt mit installiert. Ansonsten holt er sich die Treiber auch automatisch mittlerweile hier auf Ubuntu Linux Mint und dann kann man auch direkt das Drucken losstarten. Also da muss man gar nichts einrichten. Wenn man doch mal Hand anlegen muss, dann findet man hier auch die Druckereinstellungen und könnte dann hier mit unserem kleinen Assistent, ist eine Sache von 5 Minuten, den Drucker hinzufügen und dann Spaß beim Drucken haben. Genau. So, dann geht es weiter mit, ja, PDFs bearbeiten. Also, es ist ja häufig so, man bekommt vielleicht manchmal eine PDF zugeschickt und möchte die dann vielleicht ausdrucken und reinschreiben und dann wieder einscannen, nur dass irgendjemand irgendwelche Sachen ausgefüllt bekommen hat. Das geht auch mittlerweile ganz gut elektronisch. Da gibt es ja auch verschiedene Programme auf Linux Mint oder auf Linux generell, Ubuntu und Linux Mint. Ich zeige es euch heute auf Ubuntu, kann man auch, ja, selber dann die PDFs relativ einfach bearbeiten. Ich habe hier schon was vorbereitet. Im Downloads-Ordner haben wir jetzt hier eine Ausgabenbelege-PDF-Datei. Das ist jetzt sogar eine ganz coole PDF-Datei, wo wir dann direkt was reinschreiben können. So, hallo und dann hier irgendwas. Brutto, also Belegnummer ist wahrscheinlich dann die Belegnummer 001 beispielsweise. Dann können wir den Brutto-Betrag reinschreiben und dann hier Mehrwertscheue, Netto und so weiter. Können wir hier alles reinschreiben. Ist ganz gut. Für Stempel, Unterschrift wird es dann aber schwierig und Ort und Datum geht vielleicht auch noch. Aber viele PDFs unterstützen das ja gar nicht, sondern da muss man dann selber Hand anlegen. Das geht relativ einfach mit der Anwendung. Ich will das nicht speichern. Ich sage hier rechtsklick, öffnen mit. Das ist die Anwendung, die wir uns vorhin installiert haben. Mit anderen Anwendungen öffnen. Xonel++. Und das ist so ein Programm, was sehr, sehr cool ist, muss ich sagen. Womit man ganz einfach entweder hier, wenn man keinen coolen Stift hat, hier mit dem Text reinschreiben kann. So, hallo. Verschiedene Texte reinschreiben kann. Gut, das haben wir jetzt auch gesehen. Das geht aber hier für jede PDF. Wir können hier auch irgendwo hinschreiben, wo man das sonst eigentlich nicht so richtig hinschreiben kann. Das ist eine coole Sache. Ansonsten kann man auch, wenn man möchte, habe ich hier mein Laptop-Case zufällig rumliegen. Ich glaube, ich habe es aufgeräumt. Ja, schade. Dann kann ich es euch leider nicht zeigen, weil das Laptop hat hier Touch. Ich schaue mal, ob das hier funktioniert mit dem Finger. Ja, es funktioniert. Ich gehe hier nur gerade mit dem Finger drüber und dann kann ich hier was Schönes schreiben. Ich habe auch so einen Stift, Tabletstift, womit ich dann hier auch wirklich super gut dann für die Universität oder so mitschreiben kann. Und dann kann man hier natürlich auch super einfach unterschreiben. Ja, hier einfach mal. Ja, richtig schön unterschrieben. Ja, genau. Aber das ist eine coole Sache. Und jetzt kann ich das hier einfach mal abspeichern. Und ja, das passt. Es reicht jetzt für das Vorführen. Danke, Auge. Aber jetzt haben wir das Laptop-Case gefunden. Und jetzt haben wir hier so eine Bearbeitungsdatei. Die Originaldatei ist geblieben. Das heißt, er überschreibt das erstmal nicht. Das ist auch ganz schön. Und wenn man das am Ende als eine PDF wieder zurückschicken möchte, sagt man am Ende einfach Datei exportieren als PDF. Und dann kann ich hier einfach sagen, ausgefüllt. Speichern wir das ab. Zack. Und dann haben wir das hier auch schon drauf. Wo ist es ausgefüllt? Ja, und dann haben wir das Ganze mal im PDF wieder, wo wir dann halt hier eben auch unseren Schlamassel sehen, den ich hier gerade eingetragen habe. Natürlich auch mit dem Text, den man hier auch ausfüllen kann beispielsweise. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Damit erspart man sich das Ausdrucken und so weiter. Ausfüllen und wieder einscannen. Ich mache das eigentlich nur. Und das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Ansonsten kann man mit Xernal++ auch noch viele andere Sachen treiben. Nebenbei, was ich jetzt gemacht habe, das war schon wieder viel zu schnell. Ich muss wieder alles langsamer machen. Na klar, das ist Xernal++. Das steht auch hier oben drauf. Ich kann das auch nochmal hier großschreiben. Oder du schreibst es so in den Chat. Ansonsten hier Xernal++. Gibt es eigentlich auf allen Linux-Stores oder ich weiß nicht, ob es das für Windows gibt. Auf Windows gibt es glaube ich auch eine Version. Ach, ich kann es leider nicht größer machen. Wenn man halt nur Linux mitgewöhnt ist. Aber genau. Jedenfalls, so heißt die App. Xernal++. Mega. Genau. Ansonsten kann man hier noch viel anderen Schabernack treiben. Man kann hier verschiedene Blätter direkt hier auswählen. Notenlinien. Wer hier ein schönes Stück komponieren möchte. Gepunktet, kariert. Das mag ich eigentlich sehr. Und dann muss ich hier sagen, also ich muss kariert einmal auswählen. Und dann muss ich sagen, auf aktuelle Seite anwenden beispielsweise. Und dann kann ich hier direkt dann so ein kariertes Blatt reinschreiben. Noch cooler wird es, wenn ich das schließe und meine Vorlesungsfolien öffnen. Öffne beispielsweise, ich bin in der Uni oder vielleicht auch in der Schule, wenn sie schon modern ist. Ich habe hier ganz coole Folien, wo ich dann einfach auch direkt mitschreiben kann. Ich sage hier mit anderer Anwendung öffnen. Xernal++. Und da sind wir. Das ist jetzt hier Algorithmen und Datenstrukturen von der Uni Hamburg. Das ist auch eine tolle Sache. Und angenommen beispielsweise der Referent sagt noch irgendwas, dann kann ich hier mir beispielsweise nochmal Sachen markieren. Das geht jetzt auch mit dem Stift, den ich gerade nicht da habe. Kann man hier beispielsweise nochmal Sachen markieren. Man kann sich was dazu schreiben. Ich kann auch, das geht jetzt gerade nicht, weil ich in der virtuellen Maschine bin, ich kann das, ist egal. Ich kann auch mit meinen Fingern einfach reinzoomen, wenn das geht auf dem Laptop. Und dann erkennt er das auch und dann zoome ich hier rein. Das ist jetzt hier schwierig, wegen dem Setup. Glaubt mir, es geht. Und jedenfalls, das wäre es dazu. Und ich kann auch jetzt hier, wenn der jetzt beispielsweise nochmal eine Übungsaufgabe dazu rechnet, kann ich auch hier einfach in die bestehende PDF eine neue Seite einfügen, inkariert und sage einfach in dem Fall Plus. Und dann ist jetzt hier einmal unsere normalen Folien, hier unsere Schreibfolie und danach kommen die weiteren Folien weiter rein. Und dann kann ich jetzt hier auch nochmal irgendwas hinschreiben. Das ist sehr, sehr cool und damit muss ich sagen, habe ich auch so mein Bachelorstudium mit bestritten. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Speichern kann ich das auch einfach so. Das ist dann wieder die bearbeitete Datei. Ihr kennt das Spiel. Die Vorlesungsfolien sind noch selber so unbeschadet und die Bearbeitungsdatei ist da. Exportieren kann man das natürlich am Ende auch wieder als PDF. Das ist so jetzt Xonel Plus Plus, was ich muss sagen, ein sehr, sehr cooles Programm ist für Linux. Und ich habe auch viele gehört, die Microsoft OneNote, glaube ich, ist das auf der Gegenseite nutzen. Das schmiert häufiger mal ab und macht viel, viel mehr Zicken als Xonel Plus Plus. Also von daher können wir uns auf der Linux-Welt auch sehr glücklich schätzen, dass sich das mittlerweile so entwickelt hat. Also das hat in den letzten Jahren auch enorm viel an Potenzial zugeworden, muss man sagen. Ja, das wäre es so zu den Dokumenten. Ich muss mal schon auf die Zeit schauen. Wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Weiter geht es mit Beispiel, oder eine ganz kurze Sache. Wenn ihr eine PDF wieder in Word oder in ODT, in das ODT-Format umwandeln wollt. Ganz kleiner Tipp, funktionieren die so richtig auf Linux. Also man kann das natürlich dann öffnen mit LibreOffice Draw, dann kann man so einzelne Sachen ändern, dann ist es manchmal auch verschoben und das ist eigentlich auch nichts. Wenn ihr ein PDF umändern wollt in gescheites Word wieder, wo man wirklich wieder mit reinarbeiten kann, dann habe ich das, musste ich leider einmal selber machen. Dann gibt es da eine Internetadresse, ist leider Adobe, aber ist eine Online-Seite. Ich kann das hier mal ganz schnell reinschreiben. Das ist eine ganz, ganz tolle Seite, wo man ein PDF einfach wirklich, ganz einfach, ich glaube ich, in DocX umwandeln kann. Vielleicht auch in ODT, weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, ins DocX-Format umgewandelt und dann tatsächlich mit Softmaker Office bearbeitet. Was ich euch ja vorhin gezeigt habe, das ist dann adobe.com.de-acrobat-online-pdf-to-word.html. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Und da auf der Seite kann man ganz einfach sein Dokument auswählen und dann das einfach in Word umwandeln. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, ist leider nicht Open Source, aber wenn ihr das braucht, so würde ich das unter Linux machen. Ne, wenn da in dem Fall, ihr in dem Fall Adobe traut. Das ist leider nicht Open Source, das ist ja schade. Dann geht es weiter zu Fotos. Dafür switchen wir wieder auf Linux Mint rüber. Da ist unser Linux Mint, super. Also alles, was ich euch auf Ubuntu eben gezeigt habe, könnt ihr auch genauso auf Linux Mint anwenden. Also Xonel++ gibt es auch für Linux Mint und alle Sachen, die ich euch gezeigt habe, funktionieren sehr, sehr ähnlich genauso da. Also absolut. Gleichwertig, wenn man so möchte. Dann Fotos bearbeiten, wenn man Fotos von der Kamera, vom Handy importieren möchte. Dann gibt es da auch ein sehr, sehr cooles Programm. Da ist, das ist Pix auf Linux Mint. Das ist tatsächlich eine Eigenanpassung, wenn man so möchte, von dem Linux Mint Team. Das Programm auf der Gegenseite heißt Shotwell. Das muss man sich herunterladen. Ich kann es hier einfach mal hinschreiben, dass ihr hier das seht. Shotwell. Ach, ist sogar schon vorinstalliert. Da ist es ja. Ist auch ein cooles Programm. Nur Pix ist, finde ich persönlich, ein bisschen übersichtlicher. Am Ende ist aber darunter die gleiche Technologie. Aber hier mit Pix kann man relativ einfach auch Sachen importieren. aus einem tragbaren Gerät, aus einem Ordner und so weiter. Wenn ich jetzt hier mein Handy anstöpsel, dann fragt er mich in 1, 2 Dialogen. Hey, wie soll er das importieren? Auch direkt nach Jahr, Monate. Wenn man will, auch Tage im Ordner gruppieren und so weiter. Das geht ganz gut. Dann kann man hier seine verschiedenen Bilder erstmal kurz anschauen. Aber das Coole ist, wofür ich das eigentlich nutze, ist beispielsweise, wenn ich alle Bilder herunterskalieren möchte. Kann ich das ganz einfach machen. Ich wähle meine Bilder hier aus, die ich jetzt mal zum Beispiel genommen habe. Und kann entweder sagen, okay, ich möchte jetzt alle rechts herumdrehen, alle links herumdrehen und so weiter. Ich kann das Format umwandeln, aber auch die Bildgröße ändern. Und dann kann ich hier sagen, okay, gut, ich möchte das jetzt beispielsweise alles auf 50% der ursprünglichen Größe vergrößern oder auch auf eine gewisse Pixelzahl und auch dabei das ursprüngliche Seitenverhältnis beibehalten. Das heißt, das Bild bewegt sich dann in diesem Rahmen. Ist eine sehr coole Sache. Damit kann man sehr, sehr einfach dann Bilder skalieren. Ich mache das jetzt beispielsweise hier mal in das Vorgeschlagene. Als Ziel wähle ich jetzt einfach mal Downloads aus, dass wir mal einen anderen Ordner haben. Und das Format kann man hier auswählen. Das ist standmäßig, glaube ich, alles JPEGs. Könnte ich hier aber auch umwandeln in WebP, PNG oder JPEG. Das sind jetzt wahrscheinlich die bekannteren. Die anderen gibt es auch. Weiß ich nicht, ob man die braucht. Aber jetzt kann ich das hier beispielsweise ganz normal in JPEG umwandeln. Auch nochmal beziehungsweise sicherstellen. Und dann sagen ausführen. Und dann macht er das auch schon. Und wenn ich jetzt mal in den Downloads-Ordner reinschaue, dann tauchen hier auch schon nach und nach die Bilder auf. Und die sind alle relativ klein, wie wir sehen. Und wenn wir da drauf gehen, dann sind sie so pixellig, wie wir es auch wollten. Genau. Hier einfach so. Sehr, sehr pixellig. Dagegen das Original ist natürlich dann etwas schärfer. Klar haben wir es runterskaliert. Manchmal braucht man das aber beispielsweise so als kleinen Anwendungszweck. Ansonsten, was cool ist, man kann die Bilder auch sehr, sehr schnell bearbeiten. Hier einfach auf Datei bearbeiten klicken. Und dann können wir hier viele verschiedene Sachen machen. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Ich möchte hier in den Bilderordner wieder gehen. Da sind die originalen Dateien. Also einfach mal anklicken. Auf Bearbeiten drücken. Hier können wir auch noch die anderen aus dem Ordner sehen. Und jetzt kann ich hier entweder das Ganze zuschneiden. Sehr, sehr einfach. Kann ich dann hier auswählen. Zack. Zack oder ich kann es angleichen von den Farben her. Das sieht schrecklich aus. Das sieht nicht so gut aus. Kann man auch rückgängig machen natürlich mit Stau und Z oder hier. Oder ein Kontrastabgleich ist eigentlich immer ganz schön. Oder rechts herum drehen. Spiegeln drehen. Also ganz, ganz kleine Sachen. Es ist nicht unbedingt viel. Man kann da jetzt keine Fotomontage machen. Rote Augen entfernen ist da das Krasseste, was es gibt. Ansonsten vergisst es. Aber so für die kleinen, schnellen, für die kleinen, schnelle Fotobearbeitung mache ich das mittlerweile so. Ansonsten, wer eine große, schnelle Fotobearbeitung braucht und halt eben leider nicht auf Photoshop zurückgreifen kann, ist DIMP auch mittlerweile ein sehr, sehr gutes Programm. Ist mittlerweile gar nicht mehr vorinstalliert auf Linux und Ubuntu. Kann man sich aber ganz einfach hier aus der Anwendungsverwaltung dann holen. Zack. Und dann ist das auch eine sehr empfehlenswerte Sache. Ja, das wäre es dazu. Ansonsten würde ich mal sagen, gehen wir zu einem letzten Thema, was ich auch noch mal kurz aufgreifen möchte. Und das machen wir mal wieder auf, eigentlich ist es egal jetzt in dem Fall, wo wir das machen. Ich sage aber, wir machen es auf Ubuntu, weil wir das lange nicht mehr gesehen haben. Und das ist am Ende Synchronisation. Also, wie kann ich am besten meine Cloud einbinden? Egal, ob ich eine Google Cloud habe, ob ich da angemeldet bin oder vielleicht auch Dropbox oder vielleicht auch eine eigene Cloud. Das ist die Sache. Da gibt es im Linux und Open Source Umfeld eigentlich eine sehr, 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 sehr tolle Anwendung. Die nennt sich Next Cloud, wenn ihr das noch nicht kennt. Und ich habe da so eine kleine Testinstanz vorbereitet. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was alles möglich ist. Und dafür gehe ich hier einfach mal auf cloud.linuxguides.de in dem Fall. Das ist meine eigene Team Cloud jetzt hier für meinen YouTube-Kanal. Und ich bin hier leider schon angemeldet. Wobei ist ja gut, ich muss das Passwort nicht mal angeben. Das, genau, kann man sich entweder selber auch aufziehen, auch zu Hause, dass die Daten wirklich im eigenen Heim gespeichert sind. Kann man so machen. Haben wir auch. Also hat meine Familie zu Hause auch. Habe ich denen dann geholfen. Ist eine sehr, sehr tolle Sache. Oder wenn man sich das Technische nicht antun möchte, dann gibt es auch entweder verschiedene Leute, die helfen. Oder auch sogenannte Provider, die dann, ja, Next Cloud auch einfach so anbieten, was man quasi mieten kann. Was aber eigentlich in der Regel dann auch hier in Deutschland gehostet wird, empfehlen kann ich da hosting.de, Hetzner oder auch 1&1, glaube ich. Die machen das auch. Oder IONOS heißen die. Ist spitzenmäßig. Je nachdem, preislich unterscheiden die sich ein bisschen. Da könnt ihr mal ein bisschen rumschauen. Also ich persönlich, ja, ich sage das nicht. Ich will ja nicht viel zu viel Werbung machen. Weiter geht es. Wir haben hier ein ganz nettes Dashboard. Wichtig ist aber erstmal, wir möchten Dateien synchronisieren oder einfach auf die Cloud ablegen. Das ist hier ganz einfach über die Dateien vorzeigbar. Und wir sehen hier, meine Disk ist full. Das ist aber gar nicht so schön. Dann müssen wir hier mal ein bisschen tricksen. Ich schalte die Maschine aus und wir machen das hier einfach auf Linux mit weiter. Wurde mir die Entscheidung abgenommen. Und ich muss schauen, dass ich das hier, die andere einfach mal lösche. Das ist egal. Ja, genau. Dass das passiert, wenn die Disk full ist. Ich schalte die auch einfach mal aus. Wenn es eigentlich egal, welche wir löschen, dann, ich glaube, lösche ich. Ich glaube, ich lösche die erstmal entfernen. So, jetzt haben wir wieder Platz und weiter geht es über Linux. Und dann müssen wir nochmal ganz kurz hoch starten. Währenddessen kann ich das aber, weil die Zeit erdringt, auch auf Chromium selber starten. Cloud.dixguides.de. Jetzt muss ich mich doch nochmal anmelden. Tutorial. Boah, was habe ich das genommen als Passwort? Das habe ich als Passwort genommen, oder? Ja, habe ich. Super. Genau. Da sind wir drauf. Super. Nebenbei. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir das auf Linux mitmachen, weil das hat hier gerade ein Problemchen. Ich glaube, wir machen das doch auf Ubuntu. Dafür brauche ich nochmal Ubuntu kurz hoch. Und wir beenden das nochmal. Ja, ist live alles. Von daher kann da auch live das ein oder andere passieren. Aber das ist erstmal alles kein Stress. So, jetzt sind wir wieder da auf unserer Linux-Guides-Cloud in dem Fall. Ich habe das so ein bisschen thematisch angepasst. Normalerweise ist das in einem schönen Blau mit einem tollen Hintergrund und so. Habe ich jetzt ein bisschen auf das Linux-Guide-Grün angepasst. Aber jetzt hat man hier einmal eine ganz normale Dateiverwaltung, wo man auch, ne, beispielsweise auch Dateien so direkt anschauen kann. Beispielsweise auch Videos, wie wir hier sehen. Wir können uns PDFs anzeigen lassen, natürlich. Aber was auch cool ist, wir können auch online Sachen bearbeiten. Beispielsweise hier, Welcome to Next Cloud. Ich habe es hier drin, eine Docx-Datei. Und jetzt öffnet sich in meiner Cloud ein Online-Editor. Und das ist nicht alles. Jetzt kann ich alles bearbeiten. Das Coole ist, wenn jetzt andere Leute auch auf meiner Cloud angemeldet sind. Oder wenn ich einen Link teile, dann können auch mehrere Leute gleichzeitig auf einer Datei arbeiten. Mega. Kann ich nur sagen. Nutze ich auch immer mal wieder. Diese Gemeinsam-Bearbeiten-Funktion Spitze kann ich nur weiterempfehlen. Ist relativ einfach auch eingerichtet. Beziehungsweise wenn das bei einem Hosting-Provider nimmt, dann ist das in der Regel auch direkt mit drauf. Das ist eine schöne Sache. Ansonsten, Dateien teilen ist auch ganz einfach. Wenn ihr eine Datei schicken wollt und die E-Mail mal wieder viel zu groß wird, MB-mäßig, könnt ihr da ganz einfach auch einen Link schicken zu einer einzelnen Datei oder zum Ordner. Dafür geht ihr einfach auf das Teilen-Symbol und Share-Link. Und dann könnt ihr den Link kopieren. Oder ihr könnt doch mal ganz viele verschiedene andere Sachen einstellen. Nebenbei, ich merke gerade, das ist auf Englisch. Das geht auch alles auf Deutsch. Na gut. Wir sind etwas im Stress. Etwas zeitlich angespannt. Von daher muss es jetzt erstmal so reichen. Kann mir ganz einfach sharen. Und verschiedene Einstellungen nochmal einstellen. Und den Link dann irgendjemandem schicken. Und der kann sich das herunterladen. Oder je nachdem auch Dateien bearbeiten, hochladen. Was man da auch eben eingestellt hat. Ja, das ist eigentlich so. Erstmal das Hauptmerkmal. Was ich ansonsten mache, beispielsweise, sind meine Kontakte mit der Nextcloud zu synchronisieren. Das ist jetzt hier ein Test-Account. Deswegen ist hier kein Kontakt da. Aber ihr seht, hier kann man einiges einstellen. Und wenn man möchte, natürlich auch noch ganz viele weitere Felder hier hinzufügen. Wenn man möchte. Kalender ist auch klasse. Auch mit dem Team. Kann man auch mit seinem Team sharen. Kann man auch öffentlich stellen, beispielsweise. Wenn andere da auch mit reinschauen sollen. Man kann Termine vereinbaren. Nextcloud Talk gibt es auch noch. Wo man dann direkt mit drin sprechen kann. Das ist aber allerdings nicht so super gelungen. Finde ich persönlich. Da würde ich dann eher zu Jitsi beispielsweise greifen. Das nennt sich dann so. Schreibe ich mir mal ganz kurz. Finde ich persönlich besser. Aber da streiten sich vielleicht auch die Geister. Ansonsten kann man das Ganze auch auf den eigenen Rechner synchronisieren. Mit einem Synchronisations-Client. Oder auch den Kalender dann hinzufügen. In Ubuntu oder in Linux Mint. Dann direkt einfach über Online-Konten geht das. Und das kann man beispielsweise auch mit Google Drive ganz gut machen. Da kann man hier ganz kurz einfach mal auf Online-Konten gehen. Wenn ich es richtig schreibe. Nein, das wird heute nichts mehr. Da sind sie. Online-Konten. Dann kann man das hier auch sehr, sehr einfach verbinden. Und ihr seht hier ist eine ganz große Auswahl. Microsoft Exchange, Nextcloud, Google. Das wird wahrscheinlich eure... Na eins dabei sein wahrscheinlich, was ihr da nehmt. Ich kann Nextcloud nur empfehlen. Funktioniert mit Google oder Microsoft Exchange. Aber auch sehr, 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 sehr gut. Die Dateien zu synchronisieren auf den eigenen Rechner. Ist nochmal ein weiteres Programm. Das nennt sich Nextcloud Desktop-Synchronisation. Oder so. Kann ich hier mal ein bisschen suchen. Wird vielleicht irgendwann gleich kommen. Genau. Das wäre es dazu. Jetzt ist die Frage. Okay, gut. Linux ist ganz cool. Ich möchte mir das vielleicht mal anschauen. Oder vielleicht auch direkt mal installieren. Und wie mache ich denn das jetzt? Wie geht es weiter? Wie fange ich an? Und dafür haben wir entweder, wenn wir jetzt hier live vor Ort sind, haben wir hier einen ganz schönen Banner draußen auf den Flur gestellt. Den habe ich jetzt hier auch nochmal einfach digital. Und dort, ja, Schritt 1 erstmal Linux auswählen. Entweder seid ihr der Ubuntu-Typ oder der Linux Mint-Typ. Funktionieren tut erstmal alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr weniger Wert auf Design und Optik legt, dann würde ich euch eher Linux mitempfehlen. Ist auch meine Distribution, die ich selber bis heute nutze. Danach Linux herunterladen. Ein USB-Stick formatieren. Dafür müsst ihr, oder könnt ihr beispielsweise das Programm Edge.io verwenden. USB-Stick ab 4 GB sollte reichen. Und dann könnt ihr Linux installieren. Dazu, wie gesagt, gibt es auch einen QR-Code. Den könnt ihr hier ganz kurz abscannen beispielsweise. Oder einfach auf die Seite gehen. Dort ist auch alles nochmal Schritt für Schritt beschrieben. Dann auch ein angenehmes Video-Tutorial auch von mir. Dort könnt ihr euch das dann nochmal anschauen. Ansonsten einrichten und nutzen. Eine tolle Sache. Wichtig ist, Linux funktioniert manchmal etwas anders als Windows, würde ich sagen. Von daher, man muss dem Ganzen mal so ein bisschen, ja, nicht nur Chance geben, aber man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Und von daher ist es echt hilfreich, das einfach für eine längere Zeit einfach mal auszuprobieren und sich so ein bisschen, ja, einfach damit vertraut zu machen. Und dann kann man das eigentlich in der Regel doch sehr, sehr gut empfehlen. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, nee, ich habe das ausprobiert, ist aber gar nichts für mich. Ich gehe wieder zurück. Die meisten sind tatsächlich dann drauf geblieben. Dann geht es weiter mit mehr erfahren. Wenn ihr etwas mehr erfahren wollt, da habe ich mir auch viel nochmal so dazu reingeschrieben. Entweder hier wiki.ubuntu-users.de ist eine tolle Community oder auch, wie gesagt, ein großes, großes Wiki. Oder auch Linux Mint-Users. Aber auch wenn ihr auf Linux Mint seid, ist Ubuntu-Users wahrscheinlich trotzdem meist die bessere Wahl, weil Linux Mint-Users ist nicht so krass entwickelt. Und weil tatsächlich fast alles genau gleich ist zwischen Ubuntu und Linux Mint, kann man auch super Ubuntu-Users verwenden dafür. Ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht, sprecht uns hier einfach vor Ort an. Oder geht auf Veranstaltungen wie dieser auf Linux oder es gibt auch verschiedene lokale Linux-User-Gruppen. Das heißt, in deiner Stadt vielleicht auch, wenn du jetzt gerade nicht in der Nähe von Kiel bist oder von einer anderen großen Linux-Veranstaltung, gibt es eigentlich auch fast überall so kleinere Gruppen, die dann auch gerne helfen. Kann man auch mal einen Laptop einfach so mal mitbringen, wenn da ein Stammtisch oder so ist, die in der Regel sind da immer sehr, sehr hilfsbereit. Und genau, ja, dort könnt ihr auch in Kontakt kommen. Und natürlich auch auf Linux-Guides haben wir verschiedene Gruppen, aber auch, wie gesagt, Ubuntu-Users und Linux Mint-Users. Das ist auch eine sehr, 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 sehr gute Plattform jeweils. Ja, das wäre es soweit. Gibt es denn Fragen soweit? Ich empfinde diesmal hier gerade mit Nein. Welche Größe der Cloud macht da Sinn? Schreibt ihr her. Das ist eine Frage, vielleicht je nachdem, was du nutzt. Ich habe eine 100 GB Cloud für mich privat. Für die Team-Cloud haben wir jetzt, glaube ich, 300 GB, je nachdem, was man braucht. Also du kannst auch mit 15 GB nur anfangen. Das reicht eigentlich vollkommen, wenn du nicht viel brauchst. Und man kann auch auf der einen oder anderen Seite kostenlos mit dem Gigabyte starten und kann dann direkt seinen Kalender und Kontakt darüber synchronisieren. Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gut. Größe von der Linux-User-Group Itzehoe steht da nach. Ja, cool. Oder Itzehoe? Itzehoe? Itzehoe. Sorry. Ist gemeingeschrieben. Ist gemeingeschrieben. Okay. Ja, gut, dann ist es so. Wunderbar. Ja, dann. Grüße zurück, schreibt Hauke. Mega. Ähm, absolut. Dann wäre es das soweit gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder mit Linux, Pinguin, Kaffee und Kuchen und gehen dann direkt so in eine kleine Fragestunde über, wenn es ein paar Fragen gibt. Und ich würde sagen, ganz kurze Umbau-Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal.